Ich mag junge Frauen. Ich bin mir da treu geblieben. Ich will das Rehen. Stolz, schüchtern, sehr schwer zu kriegen. Die ausgedehnte Hirschkuh am Wegesrand interessiert mich nicht. Hallo Leute, ich bin in der Klapfe. Tom, lassen Sie uns über Frauen sprechen. Die Frauen wollen, dass man sich für sie interessiert, als Mensch. Und wir wollen, dass man sich für uns interessiert, als Penis. Wie ist das mit Frauen in der Realität? Wer hat ihn denn gegen die Schüssel getreten? So Freunde, jetzt wird es sexistisch. Jetzt wird es frauenverachtend. Jetzt wird es provokant. Jetzt wird es vulgär. Jetzt wird es ekelhaft. Aber jetzt wird es teilweise auch saukomisch. Und am Ende doch ein wenig smart. Denn jetzt geht es um Fickefuchs. Ein Film, der meiner Ansicht nach etwas mehr Skandal verdient hätte. Der hat zwar schon für ein bisschen Aufregung gesorgt, aber das dann doch eher im Bereich der Bildungsbürger, Feuilletonisten und Kulturelite. Der hätte auch in der breiten Masse etwas mehr ankommen können. Denn er kam eigentlich fast schon, und das bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber richtigen Zeitpunkt, kurz vor der, ja, ganzen MeToo-Skandale. Und das wäre eigentlich... Naja, er wäre schon zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gewesen. Aber er wurde halt eben nicht so beachtet. Egal. Dieser Film wird Leute spalten. Das weiß ich. Aber ich habe ihn gesehen und deswegen möchte ich ihn jetzt hier vorstellen und kurz was erzählen zu den Machern. Der Film wurde geschrieben, unter anderem inszeniert und vor allem gespielt von Jan-Hendrik Stahlberg. Den kennt man unter anderem aus dem Gutbürger-Wutbürger-Drama Mucksmäuschen still. Da hat er eine der Hauptrollen gespielt und auch mitgeschrieben, soweit ich weiß. Und man kennt ihn aus der Mediensatire Shortcut to Hollywood, die damals von den Machern, unter anderem Herrn Stahlberg, doch sehr skandalös beworben wurde. Da gibt es eine schöne Geschichte zu, kann man sich ja mal schlau machen, Shortcut to Hollywood. Auch kein einfacher Film, also auch ein schwieriger Film, genau eben wie Ficke Fuchs, der schon gleich zu Beginn ein bisschen Probleme hatte, denn das Plakat, also das Cover hier, das hing unter anderem an ein paar Bushaltestellen oder an ein paar Litfaßsäulen und war einigen Leuten doch ein Dorn im Auge, weswegen man diese Plakate wieder abhängen musste, beziehungsweise weswegen diese Plakate überhaupt gar nicht erst aufgehängt werden durften. Das war laut Regisseur aber eigentlich gar nicht mal so verkehrt, denn dadurch hat der Film etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten, als er wahrscheinlich durch seine Plakate erhalten hätte. Gut, soviel dazu. Das war meine Einleitung, jetzt zum Inhalt von Ficke Fuchs. Hier geht es um Rocky, einen Mann namens Rocky. Der heißt eigentlich Richard, aber das ist jetzt erstmal egal. Denn Rocky, ja, hat schon ein gewisses Selbstverständnis, beziehungsweise Rocky war mal einer, der konnte sie alle haben. Ein wilder und cooler Stecher, der nur auf seiner Gitarre den einen oder anderen Chanson anstimmen musste und schon lagen ihm die Frauen zu Füßen. Diese Zeiten sind allerdings lang vorbei und jetzt ist Rocky halt Richard, todkrank und eigentlich nichts anderes als eine ziemlich arme Wurst. Aber er fühlt sich herausgefordert, denn eines Tages steht ein junger Mann vor seiner Tür namens Torben und der behauptet, Rockys Sohn zu sein und gleichzeitig aber auch, ja, keine Frau abzukriegen, beziehungsweise keine Frau ins Bett zu kriegen. Und Rocky soll ihm jetzt halt zeigen, wie man Frauen flachlegt. Und deswegen geht Rocky mit Torben auf Tour, um die Frauen zu jagen und zu finden, die nur auf so zwei Mannsbilder wie die beiden gewartet haben. Du warst der größte Stecher von Lubertal. Das ist alles Otto und meine Mutter. Dein Vater. Er konnte eine ganze Bar in Windeseile für sich vereinnahmen. Der ist in die Bars reingegangen, hat sich in Tresen gestellt und einfach nur geguckt. Also du möchtest, dass ich dir beibringe, wie man es schafft, dass eine Frau Lust bekommt, mit einem wie dir zu schlafen. Ja, Fickefuchs. Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe ja schon ein paar Adjektive genannt, die diesen Film auszeichnen. Und ich kann auch verstehen, dass man diesen Film so überhaupt nicht mag. Ja, vor allem, ja, als Frau. Also von meiner Warte aus gesehen, beziehungsweise selbst von meiner Position als Mann aus gesehen, kann ich wirklich verstehen, wenn sich manche Frauen von diesem Film einfach nur angewidert fühlen. Denn in diesem Film, ja, werden Situationen gezeigt, die sind der einen oder anderen Dame wahrscheinlich nicht fremd, beziehungsweise erschreckend vertraut. Und es werden auch Sachen gesagt, die sich die eine oder andere Frau garantiert schon einmal im echten Leben anhören musste. Und da kann ich verstehen, dass man das nicht komisch findet. Denn dieser Film, man muss es auch sagen, er geht halt wirklich über Schmerzgrenzen hinaus. Er ist wirklich provokant. Er ist auch teilweise wirklich ekelhaft und vulgär. Er streut jede Menge Pornofilm-Schnipsel mit ein. Und zeigt halt zwei Vollidioten in einer übersexualisierten Welt. Und es gab Kritiker, die haben den Film auch immer mal wieder unterstellt. Naja, unterstellt ist vielleicht das falsche Wort. Die haben den Film halt wahrgenommen als, ja, ein Werk, das sich teilweise dann doch mit seinen beiden Idioten oder das mit seinen beiden Hauptdarstellern und eben Vollidioten sympathisiert. Also das versucht immer noch ein wenig Menschlichkeit aus diesen wirklich überzeichneten Figuren rauszuholen. Und ja, dass dieser Film sich halt teilweise auf die Seite von diesen beiden Arschlöchern stellt. Was insofern schon schwierig ist, denn Torben, ja, wird direkt als Figur eingeführt beziehungsweise als sehr gestörter Mensch eingeführt, der gleich zu Beginn schon eine Frau vergewaltigen möchte. Und dann ist es natürlich hart, beziehungsweise echt, da wird schon einiges abverlangt, dass diese Figur irgendwann mal im Laufe des Films so ein gewisses Mitgefühl erzeugt. Ja, also da kann ich verstehen, dass da manche Szenen so aufgefasst werden, als würde Herr Stahlberg eben versuchen, dass man sich mit diesen beiden Leuten irgendwo, ja, identifiziert, dass man mit ihnen sympathisiert oder zumindest ein gewisses Verständnis für diese beiden Volldeppen aufbringt. Aber ich muss sagen, das habe ich nicht ganz so gesehen, ja. Ich weiß, es ist ein heikles Thema und Herr Stahlberg, der, wie gesagt, will auch provozieren, ja. Er will halt wirklich die Leute herausfordern, um sich halt mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Das kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn das halt wirklich einfach für manche Menschen too much ist. Ich hatte gerade auch vor einigen Tagen mit einer Kollegin ein Gespräch über diesen Film und die hat halt auch gesagt, nee, sie findet das widerlich. Sie konnte sich das keine Sekunde angucken, denn diese Sachen, die da teilweise gesagt werden, das sind halt wirklich auch Sachen, die sie schon erlebt hat und das war alles andere als witzig. Ich habe mich jetzt wiederholt, ich weiß, aber ich wollte es halt einfach nochmal auf den Punkt bringen, dass ich wirklich absolutes Verständnis dafür habe, dass dieser Film kritisch zu betrachten ist und dass er ein gewisses Potenzial besitzt, das, ja, verärgern kann oder eben halt verstören kann und eben auf Ablehnung trifft, ja. Mir ging es aber halt nicht so, weil für mich sind das halt wirklich zwei Paradebeispiele von sexistischen, fehlgeleiteten, triebgesteuerten Männern, die, ja, einfach nicht mehr existieren dürfen, ja. Auch wenn Rocky da schon so ein paar Punkte anspricht, wo sich wahrscheinlich auch einige Männer echt wirklich bestätigt fühlen, ihrer Meinung, ja. Wenn er halt zum Beispiel, keine Ahnung, ich glaube, es geht ja unter anderem darum, dass er, ja, sich darüber aufregt, dass so Dinge wie Feminismus, die Gender-Debatten, die Homo-Ehe und eben halt auch das Internet so richtig viele Weichlinge und Vollidioten hochgespült hat und zum neuen Männerbild erklärt hat oder erklärt haben und wahre Männer jetzt als die Bösewichte hingestellt werden und, ja, die Monster. Und dann gibt es auch eine, es gibt so einen Selbsthilfe-Kurs, ja, einen Pick-up-Artist-Kurs oder einen, wie kriege ich am einfachsten oder am leichtesten eine Frau rum durchgesteigertes Selbstbewusstsein-Kurs, geleitet von einer Frau. Da erzählt die Leiterin halt schon so ein paar Monologe. Ich kann mir vorstellen, nee, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da einige Männer gibt, die entweder genauso denken oder sich bei der Szene gedacht haben, ja, endlich spricht es meiner aus. Aber damit sind sie halt wirklich dann auch direkt voll mit in die Zielgruppe geraten, die Herr Stahlberg hier eigentlich dann auch wirklich komplett durch den Kakao zieht. Ja, also ehrlich, Torben, wirklich schwierige Figur, ja, wird halt einfach direkt gezeigt, wie eine Frau irgendwie total belästigt, betatscht und bedrängt. Und mit dem kann man halt einfach nicht die gleiche Sympathie, das gleiche Mitgefühl aufbauen, meiner Ansicht nach, wie man es für andere Antihelden vielleicht kann. Ja, der Typ ist halt einfach zu krass, zu krank, zu gestört, zu fehlgeleitet. Und auch Rocky ist eine erbärmliche Figur, ja. Er hat zwar einen Hund, weswegen ich ihn nicht auf Anhieb direkt verteufelt habe, weil ich mir gedacht habe, ja, der scheint ein Herz für Tiere zu haben. Also ganz verkehrt kann er nicht sein. Aber auch der, so galant und charmant und weltgewandt und eloquent, er sich dann auch teilweise gibt, der Typ hat halt auch einen Dachschaden. So, und die beiden gehen halt auf Tour und, ja, erleben wirklich, wirklich fremdschämige, peinliche, verzweifelte und erbärmliche Momente, die, naja, immer mit mehreren Emotionen gleich spielen, möchte ich jetzt mal behaupten, ja. Es gibt Szenen, da lacht man brutal laut los. Nur, um im nächsten Moment festzustellen, oh Gott, Scheiße, das war jetzt eigentlich nichts, worüber ich hätte lachen dürfen. Und dann wird das aber noch weiter ausgewalzt und ausgereizt. Und dann ist man, fühlt man sich einfach nur noch unbequem, ja. Es gibt eine Sexszene in diesem Film. Wirklich, es ist unglaublich, wie lang Herr Stahlberg diese Szene ausspielt. Und sie ist am Anfang, denkt man sich noch, ja, witzig, lustig, hahaha. Dann geht es aber weiter und man denkt sich, oh Mann, ist das traurig, ist das echt traurig, so, ja. Und irgendwann, da habe ich mich bei ertappt, wo ich gedacht habe, hey, eigentlich, ja, was, naja, was erlaube ich mich hier irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, beziehungsweise, warum sollte ich mich jetzt besser fühlen, ich wette, mein Sex sieht garantiert für Außenstehende genauso unbeholfen, wild, bescheuert oder was weiß ich oder sinnlich oder sonst irgendwas aus, ja. Das ist halt immer wieder eine Frage der Perspektive. Und darum geht es hier Herrn Stahlberg, dass er versucht, neue Perspektiven auf, ja, die Übersexualisierung, die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Debatten, die zu diesem Thema geführt werden und so weiter und so fort. Die Medien, die das Ganze halt entweder, ja, skandalös oder auflagenkräftig ausschlachten und so weiter und so fort. Also, es geht einfach, ich denke, es ist, so wie ich ihn auch verstanden habe, geht es Herrn Stahlberg einfach darum, dass man mal mit neuen Perspektiven auf gewisse Dinge schaut. Und hinzu, ja, es entsteht eine gewisse Zärtlichkeit zwischen diesen Figuren, das will ich gar nicht abstreiten. Es gibt in diesem Film eine Szene, die mag vielleicht völlig nutzlos wirken, aber irgendwo sehe ich den Punkt auch, dass in dieser Szene so ekelhaft sie ist, ja. Es geht darum, dass Torben und Rocky unterwegs in der Disco waren, versucht haben, Frauen aufzureißen, sich hemmungslos besoffen haben und dementsprechend fertig halt ins Taxi steigen, nach Hause kommen und weil Rocky halt schon vom Leben gezeichnet und eben krank ist, hat er diese Nacht nicht wirklich gut verarbeitet, ja. Er liegt irgendwann in der Badewanne, eingehüllt von seinem eigenen Kot, der eigenen Kotze und dem eigenen Urin und Torben, ja, so plump und so dumm diese Figur auch ist, ich meine, der rennt durchs Holocaust-Mahnmal und glaubt, das wäre ein Lustgarten, wo halt nur irgendwelche willigen Mädchen auf ihn warten. Und auch wieder so eine provokante oder beziehungsweise so eine Szene, die bewusst mit dem Tabubuch spielt. Das kann man kritisieren, keine Frage. Man kann es aber auch einfach mal versuchen, in der Gedankenwelt dieser beiden Vollidioten zu sehen. Egal, aber dieser Vollidiot Torben, der geht dann halt nicht hin und lässt seinen Vater da irgendwie sitzen und sagt, nein, er macht ihn halt sauber, er kümmelt sich um ihn, er zeigt Mitgefühl mit seinem Vater beziehungsweise halt so eine gewisse Zuneigung und kotzt ihn dabei halt noch auf dem Rücken. Was halt wieder so ein geiler Bruch ist, ja. Also von solchen Momenten gibt es echt reichlich in Ficke Fuchs. Und diese Momente sind es auch dann meiner Ansicht nach, die den Film noch ein bisschen weiter hervorheben und aber auch vor allem über die Zeit tragen. Denn ja, so vulgär, provokant und aufreizend und versaut und weiß ich nicht, jenseits der Geschmacksgrenzen der Humor auch sein mag, ja. Er ist nicht so wirklich zahlreich, nein, er ist nicht so wirklich umfangreich, um den Film halt die ganze Zeit zu tragen. Deswegen finde ich halt dann genau diese Momente eben sehr stark, die Herr Stahlberg da einbaut und zeigt, okay, da sind zwei Menschen, die mögen zwar die vollkommen größten Arschlöcher sein, die man vielleicht seit langem auf der Leinwand oder auf der Mattscheibe gesehen hat, aber untereinander haben die was, die haben eine gewisse Bindung, die haben eine gewisse Zuneigung zueinander, auch wenn sie es nicht direkt ansprechen, sondern höchstens durch kleine Gesten zeigen. Aber ja, es gibt hier eine gewisse Form von Empathie, die erzeugt wird, ohne dass meiner Ansicht nach völlig verraten wird oder unterwandert wird, dass diese beiden Menschen, ja, ganz verquere Gedanken haben und einfach nicht richtig im Kopf sind und den Schuss nicht gehört haben und, ja, kein Ventil für ihre Triebe finden und dementsprechend saudumm sind. Und das fand ich schon, ja, das fand ich halt schon echt cool. Und gleichzeitig fand ich schon einige Beobachtungen zu der, ja, zu unserer sexualisierten Gesellschaft, fand ich ebenfalls wirklich vortrefflich und sehr, ja, genau beobachtet und halt dann auch richtig schön bissig in Szene gesetzt. Es gibt auch Szenen, die haben mir nicht so gefallen. Es gibt unter anderem eine Szene gen Ende, die habe ich nicht verstanden, beziehungsweise eigentlich die letzte Szene, die habe ich nicht wirklich verstanden, warum diese Szene in diesem Film drin ist und was sie dann letztendlich aussagen soll. Ich finde, sie hat nicht so ganz gepasst, nachdem man dann schon so ein bisschen seinen Frieden damit gemacht hat, dass diese beiden Typen einfach in einer, ja, normalen Welt niemals existieren würden, könnten oder sollten. Und trotzdem war die ein Tick meiner Ansicht nach zu viel. Und ja, auch die Geschichte da am Holocaust-Mahnmal, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Ja, aber dafür halt diese Sexszene, wo man sich denkt, ey, er kann es nicht weiter ausreizen. Und ja, er reizt es halt weiter aus. Und das fand ich schon großartig. Und eben halt, dass der Film trotz allem, ja, obwohl er halt da diese von mir angesprochene Zärtlichkeit einbaut, dass er diese Figuren nicht versucht zu entschuldigen. Meiner Ansicht nach. Nur meiner Ansicht nach. Es gibt Menschen, die sehen es anders. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ich habe es halt eben nicht so gesehen. Und hinzu oder beziehungsweise zuzüglich der wirklich teilweise brüllend komischen Situationen und Sprüche, die auch Rocky ablässt, habe ich Ficke Fuchs wirklich genossen. Und hoffe, ihr könnt das genauso sehen. Und ja, möchte euch diesen Film wirklich sehr ans Herz legen. Zum Schluss, wie immer, ein paar Worte zur blauen Scheibe an sich von Ficke Fuchs. Die, ja, ist solide. Also rein optisch werden hier keine Bäume ausgerissen. Aber wenn das Bild oder das Geschehen mit der guten Kamera aufgenommen wird, dann, ja, besticht es eigentlich durch seine ruhige Präsenz. Es gibt nicht viel Rauschen, also es ist relativ rauscharm. Es gibt ein paar schöne Kontraste, die manchmal auch ein bisschen, ja, schwächeln und ein bisschen nicht ganz so ausgewogen wirken. Aber ansonsten ist die Schärfe eigentlich relativ hoch. Vielleicht ist das Bild ein bisschen hell, aber alles in allem kann man sich nicht beschweren, wenn denn die gute Kamera verwendet wird. Denn teilweise kommen hier halt auch Handyaufnahmen zum Einsatz. Und die sind halt alles andere als HD-Qualität, denn die sind halt verrauscht. Die verwischen auch mal hier und da in der Bewegung und es ist ein bisschen pixelig und, ja, nicht wirklich schön. Aber ist eben Stilmittel. Genauso wie die vielen Pornofilmschnipsel, da gibt es auch mal wieder unterschiedliche Qualitäten. Aber eigentlich das Hauptgeschehen ist doch relativ ansprechend in Szene gesetzt beziehungsweise wird hier recht ansprechend präsentiert. Akustisch ist das so ein bisschen Wechselspiel. Ich fand, manchmal sind die deutschen Dialoge etwas, ja, die deutschen Dialoge, Quatsch, die deutschen, die Dialoge sind etwas zu leise abgemischt hier und da. Ansonsten kommen sie meistens nur von vorne, also sind alle auf dem Center irgendwie gelegt. Was okay ist, denn der Film ist halt sehr dialoglastig und da ist es dann wohl auch am besten, wenn die Dialoge direkt in dein Gesicht erklingen. Und da, dementsprechend will ich mich auch nicht beschweren. Und eben, weil dieser Film auch sehr dialoglastig ist, da gibt es nicht wirklich viele Umgebungsgeräusche, die auf die hinteren Boxen verteilt werden. Und, ja, irgendwelche direktionalen Effekte, da muss man auch gar nicht mit rechnen. Also das ist halt einfach ein, ja, Dialogdrama, Streekstrich, eine Dialogsatire. Und dementsprechend hat man eigentlich keinen Grund zum Beschwerden, denn die Dialoge sind größtenteils gut verständlich. Aber dann kann es auch mal passieren, dass es ein bisschen kracht, denn es gibt ja, wie gesagt, diese eine Szene, in der Rocky und Torben in die Disco gehen und da knallt es dann auch schon mal ein bisschen, denn die hören da sich schon in so einem Techno-Schuppen ein paar krasse Beats an. Ja, also keine aufregende Tonspur, aber für das, was sie leisten soll, macht sie das ordentlich. Und dann gibt es auch ein paar nette Extras. Es gibt unter anderem ein kleines Making-of. Ist nicht allzu ergiebig, aber kann man sich mal angucken. Es gibt ein paar interessante entfernte Szenen. Es gibt den Trailer und es gibt eine Podiumsdiskussion, denn ich glaube, die Kollegen von der Intro waren das. Die haben einen Filmabend veranstaltet, wo halt der Autor, Jan Fleischhauer heißt er, glaube ich, und halt auch Jan-Hendrik Wolfram, Wolfram Fleischhauer heißt er, Entschuldigung, Wolfram Fleischhauer zusammen mit Jan-Hendrik Stahlberg hat er das Drehbuch geschrieben und der war halt bei diesem Filmabend inklusive Podiumsdiskussion war er anwesend und hat dort dann so eine Art Q&A, beziehungsweise er stand halt Rede und Antwort bei den Beteiligten. Ich glaube, es waren auch überwiegend Journalisten. Und da muss man sagen, echt Respekt, dass sie das Ding so mit hier drauf genommen haben, denn da gehen ein paar Leute auch echt kritisch mit dem Film um, beziehungsweise äußern sich kritisch zu den angesprochenen Themen und wie sie halt umgesetzt wurden. Und das ist jetzt nicht unbedingt positiv für den Film, ja. Aber die Herren stehen Rede und Antwort, beziehungsweise äußern sich dazu und gehen wirklich in, ja doch recht ernsthafte Diskussionen mit den Teilnehmern dieses Screenings ein. und das finde ich schon, finde ich ganz interessant, beziehungsweise finde ich das schon eine gute Entscheidung, dass man das hiermit auf die Scheibe genommen hat. Es gibt halt so ein paar Sachen, schade, da gibt die Scheibe keine Auskunft drüber, aber da kann ich jetzt einfach nur nochmal kurz einen kleinen Cross-Promotion-Tipp, wie man schön auf Neudeutsch sagt. Nein, da kann ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn der Regisseur, Jan-Hendrik Stahlberg, war in meiner Sendung Kino Plus bei Rocket Beans TV zu Gast und hat dort doch recht lange mit uns geredet. Ich glaube, er war fast eine Stunde da. Und er hat Sachen erzählt, die sind wirklich herrlich. Also allein diese Sexszene zu dieser Sexszene im Auto. Er hat halt wirklich über eine Agentin, eine Casting-Agentin, Damen gesucht oder suchen lassen, die halt diese Szene mit Franz Rogowski drehen. Und seine Casterin hat halt keine gefunden. Und es wollten, glaube ich, noch nicht mal Prostituierte sich für diese Szene hingeben. Und deswegen hat die Casterin gesagt, ja, alles klar, ich mach's dann halt. Und ja, es ist eine Casting-Agentin, die sich da jetzt mit Franz Rogowski durchs Auto wälzt. Und ja, solche und andere Anekdoten erzählt Jan-Hendrik Stahlberg dann bei uns bei Kino Plus. Und falls euch das interessiert und falls ihr irgendwie Gefallen an dem Film gefunden habt, dann könnt ihr euch das ja auch nochmal reinziehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und auch er ein sehr sympathischer Mensch. Und worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, beziehungsweise was ich vorhin ein bisschen vergessen habe bei meiner Beurteilung des Films, ich muss auch sagen, die beiden Hauptdarsteller, Jan-Hendrik Stahlberg und Franz Rogowski, den ich ja sowieso mag, die machen das wirklich toll. Also gerade Franz Rogowski, der hat hier eine echt undankbare Aufgabe als Torben, der Vergewaltiger, der mit seiner Vergewaltigung in den Film einsteigt. Und dass aus dieser Figur dann noch so halbwegs etwas wird, was man nicht ganz verachtet, beziehungsweise was man wirklich, oder eine Figur, der man wirklich folgen mag, so abstrus es klingt und so abstrus es auch dann sich auf der Leinwand präsentiert. Aber irgendwo schafft Franz Rogowski eine gewisse, oder sagen wir es so, er schafft es, eine gewisse Faszination aus der Figur rauszuholen, die eigentlich nur abstoßend sein sollte. Und das ist schon meiner Ansicht nach eine echt starke Leistung. Und ich finde es auch gut, dass der jetzt endlich mal auch hier den Deutschen Filmpreis bekommen hat. Der ein oder andere Zuschauer wird es ja vielleicht mitbekommen haben, wir waren auf dem Deutschen Filmpreis und haben dann da auch kommentiert. Und da durften wir halt auch miterleben, dass Franz Rogowski die beste männliche Hauptrolle, oder den Preis für die beste männliche Hauptrolle gewonnen hat. Und das hat mich sehr gefreut, denn der Typ ist halt einfach stark. Und auch Jan-Henrik Stahlberg, ich muss sagen, der macht das wirklich gut. Der macht das wirklich gut. Der hat ein Timing drauf, das ist der Hammer. Da will ich ihn mal wirklich hervorheben unter den deutschen Schauspielern oder Kabarettisten oder Satirikern, was weiß ich. Der hat wirklich was drauf und hat eine sehr scharfe und genaue und bissige Beobachtungsgabe. Und auch wie er diese Figur spielt, mit seinem falsch verstandenen Charme und seinen wirklich altruistischen Ansätzen und Gedanken und so weiter und so fort. Das ist schon gut. Also die beiden sind so das letzte Quäntchen Charme oder Professionalität oder Reiz, die diesen Film dann auszeichnen oder vollenden und rund machen und wegen denen man sich dann auch diesen Film anschauen sollte. In diesem Sinne. Fickelfuchs kann man sich auch gerne auf Blu-ray geben, wenn man denn Lust auf provokantes, deutsches und vor allem auch frisches und, ja, angstloses deutsches Kino hat. Das ist halt auch so schön, denn so viele Filme würden sich halt nicht mal 10% von diesem Film trauen, was Fickelfuchs hier macht. Und allein das darf man schon mal gerne mal honorieren. Und dazu kriegt ihr noch eine Blu-ray, die gar nicht mal so verkehrt ist. In diesem Sinne, ja, viel Spaß oder auch nicht mit Fickelfuchs.